Weg ist er. Aber der sah aus wie du heißt. Der sah aus wie du heißt. Wie du heißt. Snoopy. Ja ok du hast den ja eingeladen. Ich hab den nicht eingeladen. Vollschaftsaufreihe oder was war das? Ne der kam so rein. Ist ja immer noch offen das Spiel. Achso die Figur. Jetzt siehst du ja. Ja genau. Ich bin das freund echt zu schmester. Nach oben. Das war das fast Umfeld gell. Aber es funktioniert. Lauf ich. Toll. Müll entstanden. So wenn einer hier oben hin will müsste er Bescheid sagen. Dann geh ich zur Seite. Wenn ihr so weit seid. Ich schaff's gar nicht auf das Ganze. So. 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 Also Geschwindigkeit spürst es ohne Ende. Auf jeden Fall. Und ne Geduldsfrag stradet. auch logik ich zieh dich ich zieh dich ich zieh dich nicht so nach oben nach oben ich glaube eine figur ist zu dir mein hund ist dicker gerade so ich halte dir fest ich habe das also nicht schön macht er das dass man keine ego perspektive hat das ist immer irgendwas im weg um euch zu beobachten vor allem ihr müht euch jetzt schon so ab mit dem fass und ihr wisst gar nicht wie oft ihr das noch brauchen werdet wie oft ihr dann noch hoch was wenn ihr da oben am fenster abschmiert oder hier am fenster dann ist er da wieder hochkackseln okay du kannst ich hab das sehr schön sehr schön so jetzt machen wir das genauso wir haben fast rum ruckelt und wieder umgeworfen aber ich lass es nicht runter fangen ja hier da musste rein warum machen wir das eigentlich so kompliziert weiß ich nicht hier daneben ist eine kleine packet da passt das fast bestimmt rein ja wenn du das da rein kriegst dann wäre das für eine ganz schlaue idee fall nicht runter fall nicht runter schia ich komm mal vor wie auf so ein bein hund ich will deine patsche fütchen ich will dein patsche fütchen bleib bitte so liegen ja bleib bitte so liegen hab ich dich ne komm 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 also so ja da wenn du fass jawoll na du na toll ich nehm dich mit so hier geht's übrigens weiter skieren nehm wow 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 ich hab's mit einem sprung geschafft ich geh mal hier an die seite und da hoffen wir ob ich dich vielleicht fangen kann gleich äh, nein, ja, ja, ja geh mal ein Stück zur Seite, wenn du kannst obwohl ich halte dich, glaube ich, gerade mit fest, ne? ja, sehr schön ich halte mich hier an der Wand fest jetzt musst du versuchen zu springen, weil ich kann mich nicht bewegen bleib hier, bleib hier, bleib hier ah, ah, wenigstens ins Fenster rein komm ins Fenster oh Gott, was für ein Rumgehampel hier und bist du schön auf dem Fass drauf, hast du es mittlerweile geschafft? ich habe sie schon zweimal in diese kleinen Nische reinbekommen aber es ist wieder, oh nein oh nein und, was? Schier, er fällt runter ich glaube, da kriege ich dich nicht raus was, was quiekt sie denn da hinten? ne, da kriege ich dich nicht mehr zu fassen, Schier was ist denn das hier? ah! nicht alles Schlimmes ähm ähm ich glaube, ich glaube, mein Arm ist kaputt oh, ich bin weiter endlich kann ich euch hier in Ruhe zugucken ähm lass das sein mit dem Fass am besten spring ins Wasser ich mache euch hier einfach mal eine Tür auf ich, was machst du? ich habe euch hier mal eine Tür aufgemacht hier drüben oh ah wie geil hallo, hier bin ich hallo juhu ey das ist aber lange versetzt, das Stream ja, der ist gewaltig versetzt, ja es kommt, ähm, dadurch, dass ich über weStream auf beide Plattformen streame dadurch habe ich locker 30 Sekunden oder auch mal mehr oh nein das ist schwarzen oh nein oh nein was? oh nein hier haben wir wieder eine Stange zum Hangeln also hier ist das Zucker damit zieht man doch bestimmt die sekundische Lampe da runter, oder? genau so ist es äh, äh, äh er guckt ja noch so eine Idee ich muss hier drauf, irgendwie du hast ja schon öfters gespielt, man sieht ähm, ich einmal ich kann mich halt noch erinnern vom letzten Mal Stange hoch nee äh äh könnte mal einer die Stange anschubsen? verdammt ja, genau so ja frei von wir sind wieder hier oben oh, ist die Laterne nicht mit runter gefallen? alter da hängt man da schon extra dran, ne? hier ist der Meinung, man könnte es ja auch so probieren nein nein, 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 nein ja, zieh mich mit hoch, zieh mich mit hoch hier, ich bin hier oben aber man kommt da fast an an die Laterne, wenn man von hier aus abspringt ja, ich hab sie da ist sie ähm, man muss da drüben rüber auf die Steinplattform viel Spaß beim Schaukeln ich ahne, es ist nur Schlimmes also rechts, ne? oh hängst du noch dran? ja ja, ganz unten er ist ganz unten angekommen yeah oh ah, ah Schia wenn ich wüsste, wie man da ah ich weiß nicht, wie es mit der Maus ist ich glaube auch einfach nach vorne schieben und wieder nach hinten ziehen oder ob das mit den, äh, Steuerungstasten geht das weiß ich jetzt nicht, wie es bei euch ist obwohl das müsste eigentlich mit den Vorwärts-Rückwärts-Tasten laufen bei euch weil bei mir ist es ja auch die Vorwärts-Rückwärts-Gehen um Gottes Willen ich würde sagen, ich zu laut ähm schon wieder ja und nochmal und dabei musst du natürlich auch noch ein bisschen lenken dass du nicht irgendwo gegen klatscht so wie ich ah und dann fällt es nämlich runter ich will da nicht runter probier ich jetzt doch mal nein voll auf die Schnauze hier häng dich da dran schier viel Spaß beim Schaukeln nimm richtig gewaltig Anlauf hängst du noch? ja sieht gut aus immer schön schaukeln 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 nein aua 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 hier hängt an der Mauer warum? platsch platsch nein shit ich wollte dir helfen beim Schaukeln hier läuft ja schon wieder einer rum das ist aber auch nicht steht dass hier einer das Spiel betritt ne? den schmeißen wir gleich mal runter ich habe ihn missgenommen hier hängt noch so ist nur die Frage kriegen wir das hin zu zweit zu schaukeln hier er kommt zu dir er kommt zu euch ja er springt ja am besten am besten hängt er sich auch noch mit dran was ein Trottel das sieht aus als wenn ich Kette reiße ja voller Buggy das Ding aber er gibt mit Anschwung das hilft so kommen wir gleich zu dritt rüber Schia springt gleich mal wenn wir weit genug sind jetzt da kommt noch einer perfekt ah wir haben es geschafft mit vereinten Kräften aber ich schmeiß die anderen jetzt wieder raus den weg und den auch weg er schreibt hallo tschüss so jetzt musst du alleine versuchen hier rüber zu schwingen das wird 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 jetzt funktioniert mein Arm wieder weißt du was du auch versuchen kannst mit der Stange an dem Seil hier rüber zu rutschen wenn du da irgendwie hochkommen soll aber jetzt hängst du an der Laterne so so ich bin jetzt so nein 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 shit ah aber ich lande wieder auf der Mühle ach ja die schöne Mühle ach komm viel kleiner ist 3 Meter unter der halb der Kante ach so ich glaube wenn ihr jetzt sterbt genau seid ihr hier ich ah ich hab es schweigt immer noch ja das wird hier sind wir glaube ich doch hier sind wir auch weiter gekommen mit Trick 839 ne ja und zwar müssen wir uns eine Wippe bauen irgendwie aus dem Ding aus einem Brett und einer ähm Amboss oder 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 was ich noch nicht probiert habe lass uns hier nochmal kurz Seite nehmen weil die Mauer sieht eigentlich ein bisschen so aus als könnte man sie einschlagen mit dem Amboss ich hab schon gedacht vielleicht ist das wie hat er doch genau genau oh Gott ein Brett der ist schwer da am Boss alter Schia hängt da mit dran deswegen ist der so schwer so und jetzt mal volles Brett gegen die Wand Aua Moment, 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 Moment ich nehme das weg ne hört sich auch schon so hell an da passiert nichts okay müssen wir uns tatsächlich daraus ne Wippe bauen ich nehme den wieder zur Seite lalalala so ich schiebe das der mal weiter drunter ist doch gar nicht so schlecht von sich Oh, ich hab dich so jetzt muss der Amboss hier drauf fassen wir auf der anderen Seite mit an damit wir das Brett nicht verschieben wenn ich ihn kriege genau und dann müssen wir theoretisch da hochhüpfen können reicht nicht ganz wir müssen höher heißt das Holzklotz muss weiter äh Richtung Amboss tut sich was? ne ne die ich 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 habe ich es jetzt ein bisschen verschoben reicht aber noch nicht ganz wir müssten mit dem Brett ein Stück nach hinten oder halt einfach noch weiter höher ich ziehe den Amboss nah runter und dann gehe ich den Brett weiter rein mit dem Amboss drauf oder? äh Brett weiter weg das wäre äh weil im Moment ist es der höchste Punkt vom Brett zu nah an der Wand wegen Abspringen wenn wir mit dem Brett weiter rangehen wenn wir mit dem Brett weiter rangehen oder hochhalten und damit die Rolle weiter hinter zur Richtung Amboss ja dann gut das wäre ich weiß nur nicht inwiefern so jetzt müssten wir das hier mal jetzt müssten wir das hier mal oh hammer das Spiel ist der Hammer oh klumps ja ich schiebe auch ein bisschen mit dem Bauch jetzt müsstet ihr eigentlich die Rolle festhalten glaube ich wenn ich das Brett schiebe genau müsstet ihr die Rolle festhalten so dann stellt sich einer hier drauf damit das unten bleibt ich so so bleiben so bleiben so bleiben so bleiben nein so nicht na sag mal jetzt aber so ich komme mit dem Schwereramboss wenn das die Lösung ist dann ist ja perfekt weil beim letzten Mal haben wir hier und ich uns richtig einen weggebrochen dabei ich bin schon bewegt sich ich glaube eventuell müsste ich hier vielleicht mal mit helfen in der Hoffnung hast du das olle Ding nicht weggerollt da hinten ich hab sie hast du ich hab sie ja okay ich drauf ja passt sehr schön und der letzte Mann auf geht's juhu aber schade ja ich hab dir natürlich einen sehr coolen Teil weggenommen wie man mit der Windmühle hier rüber fliegt aber du hast es ja nicht hierher also nicht an der Lampe geschafft leider ich war zu früh hier jawohl jetzt schaffst du es aber irgendwas brauchen wir kein anderes wie sind wir wie kommt man da nochmal hoch oder so man kann es auch einfach wegräumen genau und da geht es einfach runter da geht es runter und ab jetzt beim letzten Mal haben wir dann hier auch irgendwo aufgehört weil wir nicht weiter kamen bin ich jetzt weg? ne also das Ding ist Fakt ist hier kann man irgendwelche Felsen umstürzen um irgendwo hoch zu klettern aber ich hab es dann nicht rausgefunden wie wir weiterkommen ey hoch nicht abrutschen wo ist sie überhaupt hier? das weiß ich auch noch nicht so genau also hier ist auf jeden Fall der Stein den ich jetzt ins Rollen bringen muss ich bin ins Licht Vorsicht da unten kommt ein kleiner kleiner Kieselstein gerollt ach ihr müsst hier auch hoch wir müssen einfach nur hier weiter klettern ich hab den Weg gefunden glaube ich ja das ist der Weg und aufpassen dass dabei dieser Stein nicht verrutscht weil wenn der weg ist ist er weg vorausgesetzt ihr kommt hier überhaupt noch hoch eventuell hättet ihr sogar hier zuerst hergemusst oh jetzt kann ich mich auffallen lassen das ist die Sache für sich das Spiel hallo scheiße ihr hättet hier zuerst hoch gemusst man kommt da jetzt glaube ich nicht mehr ran aber was macht man wenn man abrutscht man muss doch irgendwie immer wieder weiterkommen können ach doch von hier aus kann man wieder müsste man da hinkommen ohne hier aus dem Fenster zu fallen dabei ja das geht äh sehr knifflig ich geh auch nicht nochmal runter für den Fall dass ihr das nicht schafft oder Vielen Dank.